so herzlichen Willen zu einer neuen Let's Play Folge von 17 Days to 3 mit dem Sniper Moin Moin krampfhaft versucht jemand zu killen und nicht trifft Der ist weg Ja guck dir mal siehst du den irgendwo ich hab mich getroffen Nö Der hat sich weggeklitscht oder? Der hat sich weggeschmissen Guck mal der Idiot schießt alles vorbei Könnt das sein Weiß was mir auch fehlt? Nö Ich hab hier kein Holz Aber Ich setze jetzt erstmal hier den Cooking-Pot rein Dass man mal das Wasser so abkaufen kann Ich hab noch 200 Planks Dann hab ich aber keine mehr zum Verkleiden Oh auch Da kommt äh da kommt ein Krieger hier unten mit Untertreppe da Hab ich die Beine weggeschossen? Ist ja hässlich Kommt der Johor Ja Wie war das mit der Erneuerung? Da kann ich das Gras hauen Ha 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 Ja ja Hab ich irgendwie grad nichts von gemerkt Feuer! Wir haben Feuer gemacht Dahinten kommt noch Olga Uah Uah Ich bring was mit Ich glaub wir sollten das Feuer ausmachen Ja Ach so das Ich hätte das Viechen irgendwie an Oh 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 Also was Neues was wir auch noch nicht wussten Dass die davon angezogen haben Na super Kannst du das irgendwie jetzt einfach ausmachen? Ich hab äh Dings das Den Zünder raus Äh Wer haut an meinem Häuschen rum? Hier hinten Oh das ist ein Dings Das ist ein Renner hier Also da Da ja hochhumpft Äh Da guckt mich schon ganz böse an Ja der Kollege Da steht rechts um der Ecke Naja aber Haha Ja Wir haben auch vergessen Fackeln aufzustellen Äh und zwar sind die Fackeln Äh da sind die ja langsamer Ja 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 sind zwei dann Von den Kollegen jetzt ne So warte mal Ich mach jetzt erstmal die Oh oh ich bin runtergeflogen Scheiße Ich komm wieder hoch Na ich hau die einfach kaputt Die blöde sauch Jaja Komm helf mir halt man Er bleibt da oben stehen Ja ich war hier grad in den Fackeln Hä? Alter was ist denn mit euch los ey? Was haben die genommen? Ich hab Herzschmerzen Ach ne ich blüde scheiße Herzschmerzen Ich hab meinst hab mich getötet Ich hab kein Verband auch noch hab ich Ja ich hab noch 5 Ich hab noch 5 So andere mal schnell Holz um die Hütte fertig zu machen Holz vor der Hütte Andere machen das darfst du denn wir machen das natürlich Nachts alles andere wäre ja unspannend Ach ja Da hinten kommt er wieder Oh ja ich schäme Ne da hinten steht einer neben dem Baum Ach so So war es so nach dem Motto Vielleicht kommt er jetzt wieder noch ein Stück näher Ja also ein bisschen rechts da hinten beim Baum Jetzt kipp schon um du Baum Du Baum du Ach so ich wollte noch hier so mal so ein bisschen fackeln hier so ein bisschen decken Haben die echt hier unser Dingsscham rumgehauen du Vor allem müssen wir das alles da noch verstärken Naja Die super auch Na gut das hatten wir ja auch das eine Mal das ging schon Aber das dauert halt wieder Du ähm da essen Meine gescheite Axteile um die Bäume zu füllen Oder auch wenn man die nicht verbot gemacht hätte um nach äh Leben zu suchen So meine Axte ist gleich kaputt Ich war noch neu Ich kauf die eine, Walmart oder so Ja meine hat auch nicht mehr viel Ich mach gleich Toom Auch glaube ich könnte Arbeite nur grad hier du wut zu den Blanks Wut zu den Blanks Ja so Zack Guten Tag Äh wo draußen wir So Obwohl ich könnte doch eigentlich Weißt du was So Ne Machen wir das grad so Weil Kann ich wenigstens noch paar Pfeile herstellen für die Armbrusten Ja das war auch gut Ich hätte dazu noch 5 5 Federn Nö ich hab 106 Ich glaub die langen Ja so Äh ja So wo ist denn jetzt hier das äh Stone Axchen So zwei Stück Ja Einmal eine Stone Axe Für dich Eine für mich Und Und äh Crossbow Bolt 12 Stück Na ja Persönlichst Neuer Axt haben wir auch So Sechs Stück liegen schon mal da für dich Jo hab ich So Und Nachladen So jetzt mach ich mal erstmal hier so ein bisschen ähm Verwalt mal Feier Verwalt 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 Infall sind wir langsamer Das ist Für die Schilderung Schön Vorher zu sagen und wieder hellen Ja super Erklar Soja klar Hat er die Fakten auf Schülermann nicht So 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 mehr klar zweimal geschlagen Axt kaputt So So was wollte ich jetzt eigentlich machen Irgendwas wollte ich tun Ah Ich muss ausfragen Ja Ja Was war da Ja So 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 An der Seite haben die alles verändert Ja gewöhnungsbedürftig ja also ich find's schöner wie vorher aber du kannst jetzt zum beispiel in drücken da oben bei search reinklicken und dann zum beispiel eingeben iron und dann kriegst du alles was mit iron zu tun hat das ist das ist gut so natürlich haben sie auch noch die map sieht man ja dass es bei uns random ist das noch nicht bei uns alles aufgedeckt ist und um man kann jetzt hier auch seinen freund in weiten und dann diesen hier oben anklicken wenn man ihn eingeladen hat und danach schreckt friend klicken da hat man hier unten in der mitte so einen kleinen mini grünen Pfeil und dann weiß man ah da ist da bösewicht so der blinkt sich dann ein ja der hier steht immer noch da so ist immer abschließend da hirsch da hirsch so Prozent Prozent wohl nicht für die 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 2 wir schon wieder alt man holt er kommt hier was du noch nicht Apropos ich kann immer wieder machen jetzt ist er wieder weiter weiter kochen lassen Muttschwein ab und zwanzig aber aber nix zu essen Glaube ich Du hast doch vorhin eben aufgenommen 5, 6, 7 Stück oder so Aber das habe ich ja vorhin mit einem Schlag gegessen, dass ich überhaupt erst mal wieder voll bin Hier sind 3 Ok Jetzt gibts die Ehe, junger Mann Jetzt gibts die Ehe Das muss ich schon von der Freundin aus sagen, jetzt gibst du mir noch die Ehe Merkst du was? Naja Ich habe einen weiblichen Charakter, was soll ich sagen, da kommen die weiblichen Züge raus Oh oh Ich habe Hoffnung, dass wir diese Nacht das sicherer sind Es scheint so Leise, so leise Hoffnung Aber es fehlen noch ungefähr 2 Reihen Das ist ja nur der Anfang unserer riesengroßen Villa Naja, vor allem Villa Ich stehe da drüben, die haben wir nicht mitgenommen Du hast was vergessen, hast du die Ecken vergessen Achso, warte Tu mal hier deinen Faden Mach doch fett aus Das hast du gesagt Alles, weil ich fett bin Ja, 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 ja Komm, schritt schneller Ja, ich muss erstmal wieder craften Sechs Stück Hat's der Mann einmal eilig, ist die Frage wieder zu langsam Du wirst jetzt wie Warnlähme wissen Aufpassen nicht, dass ich gleich hier hinten so einen Kannekelfangschlag kriege Ey, hopp Ich werde doch hier so die Ultimative der Watte vom Blatt und der ist so da, ich für die Frau Mit Wattwahn So, wir brauchen Kloves Ich kenne mir eigentlich mal hier so ein Jacket Basteln oder was Da brauchst du doch Leder für Dafür brauchst du doch erstmal das Lederbuch Klo-Fragment, ne, ich kann doch hier, äh, Kloves Ja, guck mal, da kannst du nichts machen mit Guck, kann ich mir Müze basteln, guck Oh, hab ich mir Müze gebastelt Ich hab schon eine rote Kette, du wolltest immer einen geilen, gelben Bauhelm So, dann können wir hier, können wir noch, äh, ein paar Aids-Handschuhe crossen So Aids-Handschuhe, ganz wichtig bei den Zombies So, dann komm mal Ja, doch, natürlich, guck mal, da kommt eine Krankenschwester, die will ich pflegen, weil du gerade Aids gesagt hast Ich will pflegen, wer weiß, was die wirklich will, ey Ey, äh, ey, das war ein klarer Headshot, die fällt mir schon So Oh, das war vorbeigeschossen Charakter, wo können wir denn hier mal, Hand Jetzt aber Hand Feed Und ein Head, komm mal an So Das sieht der Bursche schon mal besser aus Warum kann ich jetzt nicht auf mein Inventar umswitchen Na, der muss ja oben drauf drücken Wollte ich, aber, äh Aus, äh, Inventar Ah, jetzt, ja Warum, ja, hab ich, aber Ich muss in der Mitte drücken, ja, keine Ahnung, worum Ja, damit du wieder hin und her switchen kannst, doch klar Ja, ja, na gut, wenn er das sagt, dann sagt er das Warum? So So Oh, was hab ich denn da, ich war mal hinten bei dem gelben großen Haus, was ich hier so geradeaus von mir sehe? Irgendwie nicht, glaube ich Hm, mit gelben Haus Ja, hier so geradeaus Ah, ja, ne, da waren wir noch nicht Hallo, Cowboy Hallo Äh, ich meine, du könntest auch da looten gehen und ich baue derweil hier fertig Was kannst du machen, ich geh mal gucken Ja, ich find's ja Ja, ich find's ja Beschaufel Oder Clay Ja, guck mal hier Beschaufel Oder Clay Oder auch gar nichts Eventuell Clay Ich find's auch mal im Waffenschrank hier, um meine Pumpgun zu bauen Oh ja, das wär's ja mal Ich hab sogar Schuss für die Pump Ich hatte doch auch, äh Ich hab noch für das Ich hab noch 7.62, äh, Bullet hier, ich denk für dein Rifle oder so Weiß nicht, was ich da drin hab Ich hab noch einen Schuss, muss gleich mal gucken, was das für die Patrone ist 7.62er sind Äh, ja genau Äh, hab ich noch 10 Stück, glaub Boah Ja, die passen bei mir rein Äh, ja, das hat doch schon nix Dosen, was ist das? Pallet Old Wood Nee, brauchen wir nicht Äh, nur wieder Nix nützliches, ja Kühlschrank auch leer, ah Gibt's nen Keller zumindest Ich dachte, das wär leer, weil ich eben sagt, wir müssen digital Naja, sag mal hier, Blueberry Pie Achso, wenn ich die Suppe jetzt eins, das ist aber so ein Teller, ne Oh fuck Wie riechen die, oh Gott, nee Ja, ist doch egal, kannst du noch heute nehmen Aber die riechen das, die haben ja Ja, wir haben noch eine Lager Wir bauen jetzt gleich, ähm, Schränke zum reinpacken Okay, so, nehm ich das mit Und dann können wir das auch kochen und so Ich nehme Miet Alles, was mir in die Quere kommt Solche großen LCD, äh, Fernsehen, schon mitbringen Ach, nur, das ist immer so doof in den Stromrechnungen, ja Da kommt jetzt, der, 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 der Zombie-Abläser und weiße in den Arsch, wenn nicht Glück Ich will immer gerade einen Finger oder einen anderen haben, was Was, nicht genug Geld? Ein Pokal, Pokal Haben die denn hier wieder von Rotz nix gescheit Dann gehen wir mal noch in den Keller Kellerkinder.ev Oh, oh, ich hör schon was Bin's nicht Bin's nicht Bin's auch nicht Sag mich hier von den Bäumen rum Tja, sag mal, Mann, was ist das... Ach, hier war, und das ist das Haus, wo wir waren, Mann Echt? Scheibencluster, ja Na, hätt's mal vor auf den Map geguckt Verdammt War so dunkel Und Und Auch so bitter und kalt War so hungsig und müde und wursdig Und Ja, ich Oh, oh Ich hör's, ich hör's Ja, ja Hinter mir, hinter mir Hinter mir Hinter mir vor dir Oh Wie ging's neben dir? Ich hab ihn gesehen Ja So, ähm Ich bin wieder hier Wenn wir jetzt nicht hier noch Blinks haben, dann weiß ich auch nicht Ja, ich hab das jetzt gesammelt Yippa So, ähm Schrägchen bauen wollte ich jetzt Aber jetzt verarbeite ich erstmal die Obwohl, warte mal Wir können eigentlich auch erstmal, weil ich hab jetzt so viel Scheiße drin Ja, doch kriegen wir mal So ne Tür wär vielleicht auch nicht schlecht Ja, irgendwann mal so Ja, irgendwann mal so Ich dachte, du magst, ich schrift Auch das So, ähm So, ihr bitte schön Kannst du mir die Tür setzen Ein Türscher So, ähm So, äh Ich, äh Ich, äh Was er wusste denn hier, wie ist das Secure, bla 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 Äh, äh Hunting Rifle Stockers, man kann nicht bauen, oder? So Ja, wie hieß das jetzt nochmal, was hab ich eben gesagt? Äh, keine Ahnung ob das, äh, ja, werden wir in der nächsten Folge sehen dann Was? Schon wieder vorbei? Ja, schon wieder vorbei Ja, schon wieder vorbei Dann, bis dahin Tschüs, ja Ciao Tschüs